Willkommen in Mist Survival! Hallihallo! Wir haben den frühen Morgen am 46. Tag, 6.01 Uhr. Ich habe ja gesagt, ich fahre in die Mine als nächstes, um jetzt endlich diesen Fahrstuhl zu reparieren. Was ich allerdings noch vorhabe, das ist, wenn ich da eh schon bin, ich werde dann schon mal Material mitnehmen. Moment, ich habe ja Sticks in der Mine und Komponenten habe ich auch in der Mine. Da brauche ich hier nur Sticks und Komponenten, sonst nichts. Ja, und das habe ich ja noch in der Mine. Da werde ich nämlich dann eventuell für den Berserker dann zur Sicherheit wieder so eine Tür aufbauen. Damit ich da in Ruhe schießen kann. So, dann wollen wir dann, wenn wir den Fahrstuhl repariert haben, vielleicht doch gleich den Berserker erledigen. Essen und Trinken und so weiter ist hier Health, Gesundheit, alles randvoll, rappelvoll. Wir haben ein bisschen was zu essen dabei, auch zu trinken. Und für den Berserker werde ich jetzt mal Hunting Arrow. dann werde ich mal Explosiv Pfeile mitnehmen. So, dann haben wir die Hunting Arrows weg. Dann machen wir acht Explosiv Pfeile rein. Das heißt, wir fahren jetzt wieder in die Mine. Frühmorgens los. Ich brauche noch Licht. Es ist nicht zu früh. Bisschen duster. Was mir auch fehlt. Jetzt so langsam wieder. Das ist Essen und Fleisch. Das heißt, ich muss dann auch mal wieder jagen gehen. Mal wieder ein Schwein erjagen. Aber jetzt fahren wir erstmal in die Mine. Ja. Essen. Es ist Eis. In der Welt. Es ist leute. Ich bin. Würst dich. Ich bin. Wenn Sie sitzen. Ich bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen den Weg nehmen. Der soll links liegen. Der soll links liegen. Wir können schon die Landschaft betrachten. So, und hier sind wir wieder auf der normalen Straße zugegeben. Der bisherige. Wir müssen die Landschaft betrachten. Wir müssen die Landschaft betrachten. So, wir sind da. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Hm, Leo. Den Aufzug reparieren. Und vielleicht können wir ja dann auch irgendwie gleich den Berserker erledigen. Und wir müssen die Landschaft betrachten. Und heute nicht so trefft sich das. Ist das du das denn? Ich habe es nicht so gut, dass du das denn? Was haben wir denn so bei uns? Wo sind die denn überhaupt alle? Die liegen hier schon wieder. Medizin? Nehmen wir. Die liegen hier schon wieder alle in den Steinen drin und das nehmen wir auch mit. In die Steine reingefahren. Ach da steckt ein Pfeil von mir. Guck an. Der verschossen da. Das sieht aus wie Iron Ore. Und da haben wir St. Peter. Und da haben wir noch Zink. Da hinten. So, wir müssen noch die mitnehmen. Wir bauen Klebeband. Wir bauen den Kupferdraht. Und wir bauen die Diffuse. Hm, wieder ein Arrow weniger. So, da haben wir unsere Explosiv-Pfeiler. Gleich mal einschalten. So, Explosiv Arrow. Jetzt müssen wir hinterskriechen. Und am Berserker vorbei rennen. Da ist er schon. Ich kann hier nicht aufstehen. Auf geht's. In Kelle. Woosh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, da hatten wir ja hier den Stromgenerator für den Fahrstuhl schon in Gang gebracht. Der läuft auch noch. Dann können wir hier noch die Sicherung einsetzen. Das müssen wir reparieren. Die Stromleitung wurde repariert. So, jetzt können wir auch hier... Na? Geht nicht? Wie? Ach so. Noch einschalten. Ja. Den Strom noch einschalten. Natürlich. Ah. Jetzt geht's. So, die obere Etage anwählen. Und Start. Da steht er. Ob ich den von hier aus erledigen kann. Muss testen. Eigentlich treffe ich den doch. So, das sind wir eigentlich treffen. Jetzt habe ich nur noch zwei Explosivfeile. Acht Explosivfeile. und das hat dem erst mal nichts getan. Aber da ging viel daneben. Die haben dem nichts getan. Dann muss ich noch mal neu starten. Hilft nichts. So los geht's. Ich muss eigentlich sowieso mit der... mit der Waffe schießen. Schießpulver. Sehr schön. Hab ich doch irrtümlich aufgemacht. Jetzt hab ich natürlich die Hälfte meiner Gesundheit verloren. Äh. Hilft mir das was? Hm. Nicht wirklich. Nur beim Stamina. Hm. Na gut. Hm. Hilft nichts. Holen wir da beim nächsten Mal bei. Ist jetzt wo? Wo ist hier? Gut jetzt. Das nehmen wir doch mit. Das nehmen wir auch mit. Wo ist denn der an mir? Hm? Fehlt eine schon wieder. Na gut. Wo ist denn die... in die Felsen gefallen? Noch ein Feil gefunden. Noch ein Feil gefunden? Schwefel? Aha. Ja. Und Kupfer? Nee. Ja doch. Kupfer und Salpeter. Na. So. Das muss ich unbedingt mitnehmen. Jetzt müssen wir an dem Berserker vorbeihuscheln. Schmeißt schon wieder mit Brocken. So duster hier irgendwie. Ich meine, das wäre hier schon heller gewesen. Das heißt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, den Strom haben wir hier im Gang gesetzt. Hatten wir ja schon und jetzt können wir den Krempel da reparieren. Die Leitung reparieren. Jetzt müssen wir hier noch diese Sicherung einsetzen. Zack. Und activate. Und die Sache läuft. Ah, guck mal, meine Hälfte. Die ist weiter runtergegangen. Das ist jetzt gar nicht toll. Vielleicht sollte ich da an dem Berserker besser vorbeirenen. Und das ist ein anderes Mal probieren mit dem. Möchtest du hier vorbeiflixen. Und nochmal speichern. Außen. Außerhalb. Da steht er. Nix will. So, ich kann ja hier speichern. Aber ich muss trotzdem hoch, weil die Landschaft da baut sich ja nicht auf. Muss ich trotzdem rauf. Hilft ja nichts. Na gut, dann muss ich die erstmal wieder kommen lassen hier. Okay. Salz, Lappen, ihm ja diese Lappen und nochmal Salz. Hast du gewartet auf mich? Na, Flasche. Ok. Moment, wenn ich jetzt hier speichere und wieder lade, stehe ich hier mittel in den Zombies. Fällt mir jetzt gerade so ein. Das ist dann auch nicht gut. Ne, das ist auch nichts. Also machen wir das so. Hier speichern wir. So, das hätten wir schon mal. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich das mit diesem Berserker erledige. So, Explosiv-Arrows. Acht Stück. Hä? Hä? Was war das? Der ist komplett explodiert, aber zu nah an mir dran. Na toll. Bin ich gleich mit in die Luft geflogen. Okay. Ach nee. Bevor ich die Waffe wechseln konnte. Schon wieder gestorben. Ah man. Da hängen jetzt plötzlich Zombies noch an. Oh. Oh. Explosiv-Arrows. Cool. They come mit. Oh Oh Der nimmt überhaupt nicht ab in der Guck Da oben der Balken der nimmt überhaupt nicht ab Oh 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 Irgendwie wird er festgeklemmt Ja Hm Hm Das tut dem gar nichts Ich kann nicht rennen Äh Eben hab ich mal gesehen, dass der Explosiv-File ihm was getan hat Oh So, jetzt geht's erstmal in den Fahrstuhl Oh 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 Das waren jetzt drei. Das waren jetzt drei Zombies. Das ist ja wohl das letzte. Einmal nimmt ihm sein Leben ab wenn man trifft. Dann nimmt man das Leben nicht ab wenn man trifft. So und jetzt zum 365. Mal. Wenn das ihm immer gleich wäre. Das wäre dann irgendwie logisch. Aber dem sein Leben nimmt man ab wenn man trifft. Dann nimmt es mal wieder nicht ab. Die Pfeile gehen mal durch. Dann gehen sie mal nicht durch. Okay. das ist irgendwie schon sehr sehr merkwürdig programmiert so 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 und zum tausendsten mal hier durchgriechen ich habe ihn tatsächlich erledigt und so ein zombie noch dazu mit den explosiv feilen ich habe ihn tatsächlich erledigt nach hunderttausendmal das nehmen wir natürlich mit versteht sich ein hebel ein hebel was zu essen noch mal eine old fuse die brauche nicht mehr aber hier kommt der hebel rein wir haben den berserker endlich erwischt mit tricks und ich brauche ja den blueprint nicht mehr mir hat ja da den blueprint interessanterweise eine in so einem unfallauto geschenkt ich frage mich ja bloß ob der jetzt wieder kommt wenn man wieder raus geht oder ob der jetzt weg bleibt werden wir gleich feststellen so da gehen wir hier erst mal raus hier kommen ja jetzt wieder die netten freundlichen zombies wollen die nicht die wollen nicht so nachdem wir diesen berserker endlich erfolgreich erledigt haben wollen wir hier noch mal speichern so hier draußen außerhalb während der mina werden wir mal ein save game machen und jetzt schaue ich noch mal ob der wieder da ist oder ob der weg bleibt ich meine wir haben ihn gekillt dass diese zombies mehr wieder aufstehen ich sehe irgendwo klar aber leer Pan usually den gan die 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 oh die 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 reicht jetzt hier mit dem gezappelter also dieses blaue medikament habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gekriegt so das kann ich wieder zurücklegen falls ich irgendwas anderes noch bauen will mal gucken ob ihr jetzt wieder könnt also momentan nicht im augenblick nicht gut die zombies waren wieder da da oben aber der berserker lag weg ja vielleicht beim neu laden wer weiß es nicht bisher kam der ja immer wieder so die habe ich nicht zurückgelassen so nehmen wir auch schon mal rein hier könnte man so ein paar naschereien drin lassen das kann ich mit werfen das mache ich nicht die blutbrin bräuchte ich auch nicht mehr hier haben wir jetzt anzubieten kupfer und schwefel hier hätten wir iron das ist nur 10 wenn ich das richtig sehe das ist nur 10 wenn ich das richtig sehe da liegt auch nur 10 so wir haben jetzt noch iron ore jetzt haben wir hier 9 das ist ja auch schon wieder dämlich kupfer haben wir hier 8 ok 8 da haben wir nochmal 8 8 jetzt kriegen wir hier wenigstens wieder mal was raus hier kriegen wir 2 und aus kupfer da kriegen wir einen raus da kriegen wir auch nur einen raus oh man das heißt ich brauche hier auch nur 4 stimmt's genau für einen Brassbarn 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 brauche ich mal 4 8 kupfer und 4 zinc da braucht man ja Jahrzehnte bis man sowas kennt und tatsächlich nur eins super schlau ist das da kann man ja Jahrzehnte schürfen können wir Jahre verbringen hier in der Mine bevor wir überhaupt so ein bisschen was kommt naja malen wir mal ein bisschen Pulver noch 7 Minuten im game wie sieht es jetzt hier aus da kommen sie wieder aha meine Freunde essen und trinken ja essen und trinken erstmal den da weil der bringt ja Essen und Süßigkeit der Obstsalat so dann können wir das noch verfuttern wie die sich da bewegen dahinten und dann trinken wir noch einen Schluck gut herz wird es langsam wieder so und hier können wir jetzt ja die Barren mitnehmen raus die die noch diese die 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 Hm, eine Flasche. Wahrscheinlich ist da oben jetzt noch einer. Hier oben. Na, der hat nichts Vernünftiges. Gut. Okay, wir haben den Berserker erledigt. Wir haben noch ein bisschen was an Erz mitgenommen. Wir haben jetzt 15.09 Uhr, bis ich jetzt wieder zurück bin in der Basis. Da ist es dann schon wieder Abend. Und, ja, dann geht es ans Ausräumen und so weiter. Und dann hätten wir das soweit. Ach, schau an, hier habe ich auch noch was zu essen. Das muss auch bald weg. Das wird schlecht. Hier ist jetzt noch 8 Explosivpfeile. Und hier, 3 Explosivpfeile, 8 Explosivpfeile, 8 Explosivpfeile. Ich habe gar nicht so viel gebraucht. Guck an hier. So, jetzt tue ich mir aber die normalen hier rein. Ich habe überhaupt nicht so viele Explosivpfeile gebraucht. Schien sie eine an. Ja, dann bunkern wir die hier wieder. Die Explosiv-Arrows. So. Der hat ja noch zwei. Wow. Ich habe da jede Menge Explosivpfeile hier. Cool. Viel gesammelt. Wir haben schon noch Baumstimme drin. Ach, guck an. Na ja, gut. Passt. Okay. Dann fahre ich jetzt in die Basis. Räume wieder aus. Räume wieder. Und dann danke ich erstmal fürs Zuschauen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.